3, 2, 1, go! Ja, aber treib. Ich schwöre dir so schnell. Die Plätze. Ich seh dich ja schon. Fertig, go! Das war doch halb so wild. Oh Gott, das kommt rein. Da kommt ja vom Kinder. Kein Spaß, Leute. Der ist vor ungefähr 5 Minuten auf meiner Nase gelandet. Und der geht nicht weg. Ich glaube, der fühlt sich verdammt wohl. Ja. So, so. Nicht ausdrücken. Boah, Junge. Das war wirklich nicht ohne hier hochzukommen. Ich hab mein Jochbein gestorfen. Wie man unschwer an ihm erkennen kann. Bitte fahr mal runter. Das wäre so lustig. Nein, Junge. Achtung, ich werde jetzt hier Kopfüber wieder runter. Ey, das ist die beste Idee, die du je in deinem Leben hattest, glaube ich. Das geht bestimmt gut auf. Junge, denk. So, die Kinder sind jetzt im Pod... Die Kinder sind jetzt im Kids Club. Die Mona passt auf sie auf. Und wir werden jetzt eine Podcast-Folge aufnehmen. Das wollte ich euch eigentlich mitteilen. So, mal gucken. Kann man hier irgendwas Lustiges umwerfen oder irgendwas in der Art? Ich habe so gesteuert, was wir mich noch sagen, hey, Rauschen bleiben. Gottaid. Ich war so angesehen. Mirieren wir doch schlecht parce was ich weekly in diesemirementier. Ich werde mich lange, wie lange imzine zu laufh tensilT